Yo Leute, herzlich willkommen zu Tommysowatch. Ja, wie ihr jetzt seht, ist dieser Warbreach auch gepatcht von Rockstar Games. Danke ihr! Ja und wie man gerade gesehen hat, man kommt nicht mehr in diesen Warbreach rein und steht davor und denkt sich nur... Und natürlich denkt sich dann Rockstar Games... Ja, dieser Warbreach nämlich befindet sich an diesem Ort der Karte, genau da wo ich diesen Punkt gesetzt habe oder da wo mein Pfeil am Blinken ist. Ja, ihr braucht ein LKW, ungefähr so wie das, parkt das da an der Garage ganz links nicht mittig, so wie ich alter Vollhorst erst gemacht habe, weil ich dachte das wäre die mittlere Garage gewesen, bis ich dann endlich kapiert habe, dass das die linke Garage ist. Dann klettert ihr rein und schon seid ihr drinnen Leute und dann könnt ihr hier rumballern, was das Herz begehrt Leute. Schaut es euch an, ich bin mal wieder raus Leute und sagt Ciao, euer Tommysowatch. Peace! Schaut es euch an, ich bin mal wieder raus! Bis zum nächsten Mal.